So kannst du deine Hemmungen vor der Telefonakquise nachhaltig überwinden, sodass es dir leicht fällt, zum Hörer zu greifen und Kunden zu gewinnen. Schau mal, mach dir bewusst, dass dieses Unwohlsein, was du jetzt gerade verspürst, der Ursprung dafür liegt in deinen Gedanken. Das heißt, du hast jetzt sehr wahrscheinlich zweifelhafte Gedanken, wo du dir denkst, okay, ist mein Leitfaden schon gut genug? Was, wenn der irgendwie doof reagiert oder wenn er was sagt, wo ich keine Antwort drauf habe? Wenn du einen richtig guten Leitfaden hast, wenn du sicherstellen kannst, dass du eigentlich keine Ablehnung, keine Einwände mehr bekommst, gibt es halt keinen Grund mehr für diese schlechten Gedanken, dann fühlt es sich auch nicht mehr schlecht und dann wirst du eine Leichtigkeit entwickeln zur Telefonakquise. Um da aber überhaupt erstmal hinzukommen, brauchst du natürlich einen richtig guten Leitfaden, eine richtig gute Einwandbehandlung und du musst wissen, wie setzt du das Ganze so für dich um, dass du tatsächlich auch dieses Resultat erzielst, dass dein Gesprächspartner sich öffnet und du mit Leichtigkeit auf Augenhöhe ein Gespräch führst, wo du dann wirkungsvoll Interesse und Bedarf wächst.